Wuhu! Es gibt wieder ein Factorio Friday Facts Nummer 373 mit dem Titel Factorio Space Age. Wir haben Informationen über das DSC, über das Addon, über die 2.0 von Factorio gepostet von Kovarex und Er-Rendel? Er-Rendel? Ja. Wir gehen da einfach mal durch. Ich werde das so immer einmal kurz auf Englisch vorlesen, kurz auf Deutsch drüber reden. Und dann schauen wir mal, was wir da erfahren. Hello, long time no see. Today we are talking about the expansion, which is called Factorio Space Age. Also, die Expansion wird Factorio Space Age heißen. Und wir sehen ein, ja, relativ klares Left in Space, würde ich sagen. What is Factorio Space Age von Kovarex? Factorio Space Age continues the player's journey after launching rockets into space. Discover new worlds with unique challenges, exploits their novel resources for advanced technology gains and manage your fleet of interplanetary space platforms. Also werden wir wohl Raumschiffe haben, space platforms haben, die zwischen Planeten hin und her fliegen müssen. Wir werden neue Welten haben mit einmaligen Challenges. Und wir müssen natürlich den Rohstoffe, den einzigartigen Rohstoffe, rausschaffen für technologischen Fortschritt. Vanilla Factory ends by launching the rocket into space. So I always expected it to be quite obvious what we are going to do next. Honestly, the space platform related gameplay was actually planned a very long time ago. And we had shown a little bit in Factory of Flight Effects 74, we had a similar kind of story with the Spider-Tron. The concept was teased the first time in FFF 120, just to be quietly abandoned and then revived four years later. Also, Torio Vanilla geht ins All und damit ist natürlich relativ klar, wie es da weitergehen soll und wo es dann ziemlich offensichtlich weitergehen wird. Und den Space Platform Related Gameplay haben sie schon sehr, sehr lange geplant, haben in FFF 74 da schon mal drüber geredet. Und das ist ähnlich wie mit dem Spider-Tron. Das wurde im FFF 120 das erste Mal angeteased und dann vier Jahre später hat es ins Spiel geschafft. But as you might not know, the name VUB is an abbreviation of some Polnisch, which means something like, everything will be done eventually. We didn't abandon the plan, we just realized it would be way too ambitious to try to fit in the 1.0 factorial release. It was eventually just postponed to be expansion. In this respect, it was clearly a good idea. So, was wir, also ich wusste es nicht. VUB steht für etwas in Polnisch, was so viel heißt wie, irgendwann wird alles fertig. Oder alles wird irgendwann fertig. Sie haben den Plan nicht losgelassen, also nicht weggeworfen, aber sie haben realisiert, dass es zu große Ambitionen hätte, das Ganze in das 1.0 factorial release zu packen. Und damit wurde das dann eben zur Expansion und im Nachgang sagen sie, ist es eine sehr gute Idee. So, die Hauptstruktur, die Hauptstruktur. Instead of sending one rocket into space, you have to send many, because you need to use them to transport materials to build big space platforms in orbit. The rocket is cheaper in space age to not make it drag forever, but you still are expected to build bigger in preparation of what is to come. Also, die, ähm, anstelle einer Rakete ins All zu schicken, müssen wir viele reinschicken, mit Materialien beladen, um eben diese Space Platforms zu bauen im Orbit. Die Rakete ist, äh, äh, cheaper. Wir sehen das hier unten auch schon, es sind nur drei Forschungspacks dafür scheinbar vorgesehen. Und, ähm, wir werden aber trotzdem größer bauen müssen, denn da wird was kommen. Spannend. Die Space Platforms are used on their own to generate Space Science, but mainly they are eventually used to travel to different planets and for automated interplanetary logistics. Also die Space Platforms werden genutzt, um eben diese Space Science selber herzustellen, aber hauptsächlich irgendwann, um zu anderen Planeten zu fliegen. und automatisiert interplanetaren Logistik-Krams zu haben, ne? Also bin sehr gespannt. Wir haben das ja von Space Exploration schon, äh, ein bisschen gesehen. Da war es ja sehr, sehr kompliziert am Ende. Jetzt wollen sie es im Main Game haben, also wird es wirklich simpler sein. Und wir werden das, ne, also noch nicht so sehr viel spekulieren. Well, we decided to go with the approach of having a small number of predefined planets which represent your progression throughout the game. The expansion contains four additional planets. Each of which has its own unique theme, resource, challenges, and gameplay mechanics. Most of them also have different military targets. Every planet leads to the production of specific science packs and its technologies. The order in which he exploits the planets has an impactful strategic choice. Also, sie haben vier Planeten, äh, die sehen wir ja auch hier unten. Die ersten drei werden wohl paralysiert werden können, um dann den letzten Planeten in irgendeiner Art und Weise freizuschalten. Und jeder Einzelne hat einen einzigartigen Theme, einzigartige Ressourcen, einzigartige Herausforderungen, einzigartigen Gameplay. Kennen wir auch so ein bisschen von Space Exploration, aber sie werden sich da sicherlich was Erweiternes einfallen lassen. Also, es wird neue Herausforderungen geben, also brauchen sie auch neue Belohnungen. Aber am Ende von Vanilla fühlt man sich ja schon so ein bisschen allmächtig und dementsprechend haben sie ein paar harte Entscheidungen treffen müssen. Since the goal was to make the overall expansion experience as good as possible, we have rebalanced the tech tree. This means that the Space Age enabled, some items that are available in Vanilla are unlocked later on some planet. This specifically applies to Artillery, Cliff Explosive, this is the Masterchist in the heart of me speaking, Spider-Tron, Best Year of Modules and some Personal Equipment Upgrades. Also, was ich da rauslese ist, dass eben bestimmte Sachen, die wir aus Vanilla, aus dem Hauptplaneten kennen, in die anderen Planeten geladen wird. Eben den Klippensprengstoff, die Artillerie und den Spider-Tron, die Best Year of Modules und eben ein paar persönliche Equipment Upgrades. Ich würde sagen, dass es entweder so ist, dass wir Speed, Productivity und die Efficiency Upgrade Tier 3 auf jeweils einem Planeten haben oder alle drei auf einem Planeten. Das halte ich für unrealistisch, aber könnte sein. Cliff Explosives auf einem Planeten. Da gehe ich davon aus, dass diese Strategic Choices eben so sind, dass ich auf allen Planeten habe ich Klippen. Aber wenn ich den Klippenplanet als erstes mache, den Klippensprengstoff erforsche, habe ich auf den anderen beiden Planeten halt einen Vorteil. Und ich hoffe wirklich, 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 dass sie auf dem Hauptplaneten, auf dem Startplaneten keine Klippen haben. Sonst würde das wirklich pain in CS. Ja, schauen wir mal. Based on testing, these changes made the choice of where and when to go even more meaningful. On the other hand, Space will be available sooner and there will be some nice additions available directly in Norvus, the Vanilla Planet. This implies that technically you could just take your Vanilla Base, activate the expansion and continue playing. But the best way to experience it will be to play the Space Age from start to finish. Also es wird auch Sachen geben, die direkt auf Norvus bereits neu hinzukommen. Und diese Wahl, in welche Reihenfolge man geht, wird meaningful sein. Das ist schön. Es wird scheinbar Abwärtskompatibilität zu Vanilla Bases geben. Also ich kann meine alte Vanilla Base reinladen und dann die Expansion aktivieren. Was natürlich das Balancing hin und her wirft und vermutlich deswegen keine gute Idee ist. Deswegen ist auch die Empfehlung, Space Age from start to finish zu spielen. Version 2.1 ist not just about the expansion. In the previous news about the expansion, we declared that the content will be technically a mod taking advantage of the updated engine. What this means is that a lot of the improvements will be for all players, regardless of them having the expansion or not. Also es wird eine 2.0 geben, mit einem Engine Upgrade, was auch immer das bedeutet. Und es wird eine Mod geben, die man sich kaufen kann und das ist dann Space Age, die Expansion. Examples of things that will be in the 2.0 Updates are The ability control train systems better. Das heißt, ohne die Expansion werden wir train systems besser steuern können. Ob das bedeutet, dass sie ein Dispatchersystem direkt reinkriegen? Könnte sein. Auf jeden Fall bessere Kontrolle für train systems. Ich würde sagen, da ist mal mindestens drin, wenn Fuel leer, dann Fahrt tanken. Und ich hoffe, da sind drin... Tunnel, Brücken und so weiter. Better Blueprint Building. Da bin ich gespannt, was sie mit meinen, weil das Blueprint System ist schon ziemlich gut. Better Flying Robot Behavior. Sehr, sehr stark. Das heißt, also ich würde erwarten, das bedeutet, Robots, die übers Wasser fliegen und dann wieder zurückfliegen, um übers Wasser zu fliegen. Und dann wieder zurückfliegen, ihr kennt das Bild. Dass die eine bessere Wegfindung haben. Haben wir auch schon oft darüber gesprochen, wie man das gestalten könnte. Aber ja, 2.0 wird da was Verbesserung geht. This will all be covered in more details future Factory Friday Facts. Die kommen jetzt wöchentlich. Das heißt, wir werden auch mehrere solche Videos hier haben. The good news and the bad news. Let's start with the probably bad news. Since we know where we are and what is the goal, we can start to approximate the date of releasing the expansion, which is planned to be about one year from now. It's still a long time, but at least it's getting more specific. In einem Jahr soll das rauskommen. Ist ein gutes Stück hin, aber hey, wir meinen, wissen wir was. In the previous post, we declared a seven-step plan. We are, where we are, where we were at step four. Now we are at the end of step five. And have started some things from step six already. So, ganz kurz nachschauen. Vier war connecting the systems into a prototype. Jetzt sind sie by first part of tweaking. Und sie fangen an zu beta testen. Oh, hoffentlich kriegen wir beta test access. In irgendeine Art und Weise. Also sie haben bereits verschiedene Art und Weisen zum testen gehabt. Sie spielen es selber und reflektieren darüber, wie es sich anfühlt. Sie haben eine Office-Land-Party gemacht, wo sie auch den Multiplayer getestet haben. Und sie haben individuelle Outside-Testers, die das Ganze gespielt haben und eben schon Feedback gegeben haben. The feedback led us to make different kinds of changes. For example, two planets were way too repetitive and similar to now. We had to do a complete overhaul to make them more different. Also zwei Planeten sind bereits komplett überarbeitet worden, weil die zu nah an Novus waren. Die neuen Planeten sollen sich wirklich einfach ganz anders anfühlen. The game was a little bit too slow and grindy. So we were speeding things up. Which doesn't mean we are dumping it down. The goal was to be able to finish it in non-speedrun mode in less than 80 hours for an experienced player. We are trying to keep the mechanics and just cut down the recipe counts and costs. Also die Mechaniken sollen bleiben, aber die Rezeptkosten und Anzahlen sollen weniger werden. Also sie haben gemeint, das Spiel ist ein bisschen slow and grindy. Das ist das, was ich bei Dysinkt aktuell sehr, sehr spüre. Und sie haben da schon ein bisschen was gemacht, ohne es dumm werden zu lassen. Ohne dass man jetzt einfach durchrushen kann. Sie wollten eben, sie zählen für weniger als 80 Stunden für einen erfahrenen Spieler zum Durchspielen. Also werden wir vermutlich 160 Stunden brauchen, weil wir gechillt sind und uns Zeit lassen, aber 80 Stunden ist jetzt Ziel. It was kind of annoying to redudge do so much, but based on the results and reactions, it was definitely worth it. Und das ist super stark, das haben sie mit dem Tutorial schon mal gemacht, das haben sie in sehr, sehr vielen Stellen schon gemacht. Und deswegen ist Faktorio auch so ein gutes Spiel geworden. Ein Jahr also. Sie sind relativ stabil, sie erwarten keine großen Änderungen mehr, also brutalen Änderungen mehr. Sie sind relativ stabil. Sie haben eine relativ stabile Liste an Tasks, da passiert nicht viel was dazu oder wer kommt und so weiter. Das heißt, wir haben kein Embargo mehr auf den Expansion Content und wir werden jeden Freitag neue, neuen Blogposts kriegen. Das heißt, diese Art von Videos wird es häufiger geben, hoffe ich doch. Wenn euch das interessiert zumindest. We will mostly show what we have already done or what we are working on. We are also looking forward to the feedback of the community, which has been useful so many times already. With the quantity of things we have, I'm confident we won't run out of topics until release. Also, sie wollen zeigen, was sie bereits getan haben oder was sie gerade tun. Und sie freuen sich auf das Feedback von der Community, weil das bereits mehrfach sehr, sehr hilfreich war. Und mit der Menge an Sachen, die sie haben, sind sie sehr, sehr, ähm, vertrauensvoll, dass sie nicht, ähm, out of topics, ähm, dass sie nicht aus, äh, also, dass die Anzahl an Themen, über die sie reden wollen, nicht versiegt. So. So, und jetzt aber zu dem Elefanten im Raum. Erandel hat da auch was zu geschrieben. There is a mod for that. Also, es gibt Space Exploration und das, was wir hier alles so an Content gehört haben, klingt sehr nach Space Exploration. Und Erandel ist der Autor von Space Exploration und hat dazu was zu sagen. A lot of people are going to make comparisons between Space Age Expansion and the Space Exploration mod. I've worked on the game design for both. On Space Age I made the first Space Penance Prototype builds. Plus I've been involved in most of the gameplay discussions since. On Space Exploration, well, it's my mod, I made it. Also, er stellt jetzt erstmal klar, dass die, ähm, also, dass die, dass, äh, Erandel, ähm, I'm assuming gender there, ähm, das weiß ich nämlich tatsächlich gar nicht, dass die Person auf jeden Fall, ähm, an Space Age sehr lange mitarbeitet und die Space Exploration mods selber gebaut hat. Also, da wirklich kompetent ist, was so zu sagen. I think that makes me the most qualified to talk about how these two things are very different from the ground up. There are some overlap in the broader topics. You go to space, you visit planners, but these cemeteries end up being fairly superficial when all of the decisions along the way are made with different design goals. Also, er sagt, er ist am meisten, äh, qualifiziert darüber, darüber zu reden, warum diese beiden Sachen, Space Exploration und Space Age, von Grund auf verschieden sind. Sie sind zwar oberflächlich gleich, man geht ins Weltall, man besucht Planeten, aber diese Gemeinsamkeiten enden, wenn man an die ganzen Designentscheidungen, die da auf dem Weg getroffen worden sind, äh, denkt. Zum Beispiel, Target Audience. Space Exploration is targeted to a small set of Challenge Seekers. It's not for everybody, everyone by design. Space Age is targeted to all Factorio-Players with a better approachability in mind. Also, Space Exploration, ich möchte sozusagen die Challenge Seekers, die Hardcore-Factorio-Spieler ansprechen und soll nicht jeden abholen, der Factorio mag. Space Age soll jeden abholen, der Factorio mag. Und damit braucht es eine ganz, ganz deutlich bessere Approachability, also, ähm, Ansprechbarkeit, Wahrnehmbarkeit, ähm, Annäherungsfähigkeit, ähm, im Hinterkopf. Dann, Game Length. Space Exploration is a long-form adventure designed for players to gradually uncover many interconnected challenges over 150 to 500 hours or even more. Space Age challenges are more streamlined and self-contained for a faster pace of 60 to 100 hours, rough estimate. Also, Space Exploration ist halt wirklich deutlich länger, deutlich länger und es ist super interconnected. Und Space Age ist eben more streamlined, also, hat weniger Ecken und Kanten und die Herausforderungen sind atomar, sind modular, sind eben eingeschlossen. Und das ganze Ding hat eine höhere Geschwindigkeit, sodass man es eben in diesen 80 Stunden, die wir vorhin gehört haben, spielen konnte. So, Complexity. Space Exploration challenges ramp up to a very high difficulty towards the end. Some of the last challenges cannot be automated without a set of arithmetic combinators. So, it's not expected that all players will be able to complete it. Space Age has a lot of different challenges, but never gets too extreme and the usage of combinators is quite lightweight. So, we are expected that most players will be able to complete it. In Space Exploration ist die Komplexität im Endgame deutlich höher. Man muss dicke Schaltungen bauen, um das alles automatisieren zu können. Er redet da von den Arcuspheres. Und die haben wir auch geschaltet und das war eine Schaltung, auf die ich sehr, sehr stolz war, denn da ist eine Menge Hirnschmalz reingeflossen. Und ich kann nachvollziehen, dass wir in Space Age so etwas nicht erwarten müssen, denn die Zielgruppe ist eine andere. Most players will be able to complete it. Also, die meisten Spieler werden in der Lage sein, das zu nutzen. Und der vierte Punkt ist Engine Support. There are so many things that Space Exploration just can't do, because it's a mod. Space Age has very different capitalities, because a game engine can be made to support it. Large parts of the expansion are focused on game mechanics, that just aren't possible otherwise. So, the gameplay will be unique and refreshing, even if you're a Space Exploration veteran. Also, was sie da sagen ist, alles was wir über Mods bereits im Spiel haben, werden wir nicht durch Space Age bekommen. Denn, sie werden neue Sachen bauen, die von der Engine auf einmal unterstützt werden, sodass eine ganz neue Welle an Mods auch möglich sein werden. Und, dass eben alle alten Mods nicht vergleichen, also, dass die Menge an Möglichkeiten, die die Engine bereitet, die von alten Mods bereits ausgenutzt worden ist, so erweitert wird, dass eine Menge neue Mods reinkommen können, würde ich jetzt einfach bedenken. Das steht jetzt nicht genau da so, aber sie haben das ja gesagt, dass es ein Engine Update ist und das Space Exploration eben an die Limits der Engine gekommen ist. Und Space Age nutzt einfach die Erweiterung der Engine. Da bin ich sehr gespannt, wie das aussieht und was das sein wird. There are many more differences that will become apparent when we look at the individual features of the expansion in upcoming FFFs. Also, auch in Zukunft werden wir über Space Exploration versus Space Age reden. Gut, damit sind wir einmal durchgegangen. Ich bin sehr gespannt. Ich würde gerne lesen von euch in den Kommentaren oder im Discord, was ihr davon haltet. Auch von dem Format, dass ich die vorlese und dann simultan übersetze. Und, ja. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschü-hü.